hit the road jack don't you come back no more no more no more no more hit the road jack and don't you come back hallo ihr leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von Contestor bitte was? ja genau Rambo 660 ich bin immer nach Tom Clank der Musik Sieger ja aber ich verwecke ich glaube ich immer sag ich immer Contestrike das ist nicht Contestrike scheiße was ist mit mir los also wir spielen heute klassische Terroristen also die Terroristen besiegen also töten vernichten und wir sind in Deutschland wau 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 tot du bist unten ja ich bin unten oh oh jemand offizist? ok ich hab zwei Boomer erledigt dann musst du keine Sorgen haben ok? ja ich hab schon sechs gegen erledigt erledigt tja mit einmal ist ihm zwei gekühlt schön ok ok das ist Bomben wow wow was ist? da war bis eine Bombe an der Wand wow wuss? was? ja sie wartet bei mir zu rum keine Ahnung sollst du dir lieber kommen? ne kommt schon klar ok gut wir haben noch sieben Gegner ja ja der Herr Sebastian hat die ganze Arbeit alleine ja 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 der auch ja ja toll und ich werde hier heimlich verfolgt echt ja gut ich hab von dem Typ verfolgt ich bin unter dir gell ja ja ich wollte dich über dir knall gleich juuu warte ich knall ich nehme auf dann ich nehme auf dann komm 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 hä? siehst du kein Gegner oder was? naaa ich hab nur eine erledigt aber eine fällt noch rund gell? dann haben wir alle schon erledigt hm äh nein das ist draußen ey man sollst du hier bitte auch raus hm also oben warst du ja schon ja wow hier waren schon oben ich war unten au au jetzt komm jetzt komm jetzt komm jetzt komm komm zu dir einer ja fuck you fuck you ah scheiße du hast den letzten entledigt ich glaub komm nehm ich weiß das das fehlt auch noch ja so Leute ich wäre dann das war's wir haben es erfolgt abgeschlossen und wir sehen uns nächstes mal ciao ciao